Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. General Barreira, wir haben hier ein hochrangiges Ziel. Das ist Marwan Al-Khalifa. Unser Mann ist in Position. Warten Sie ab. General, unsere Männer haben das Ziel im Visier. Erwarten Schießbefehl. Sie warten, Madha. Tiger 12, gehen Sie in Position. Ja, Shaykh. Alhamdulillah. Wakat eine Lawan, jahat Lachzatuna. Ulli. Ejati Lachzatelk. Sebe Wujuduna Jami'an Huna. Inadr was Sakre, Al-Memak. Ahamak. Ente sebe Wujuduna. Ente warstige, sebe Wujuduna. Ente warstige, sebe Wujuduna Jami'an Huna. Ejati Lachzatuna Kullaschei. Ejati Lachzatuna Kullaschei. Ejati Lachzatuna Kullaschei. Scheiße, Madha. Schiffe, 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 Schiffe. Hat er eine Geisel erschossen? Negatives. War einer ihrer Jungs? Wer ist das, der Kerl ist verrückt? General, unbekannte Person ist nicht identifiziert. Warten Sie, Madha. Tiger 12, haben Sie das Ziel? Ja, ja. Sei ja, Arschu. Scheiße, er ist weg. Madha, Rot, Rot. Muss Ziel neu erfassen. Rot, bleib an Khalifa dran. Warte auf das Klo. Er ist ein Muslimka, Annette. Rot. 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 Tiger 12, schießen Sie! Die gehen gerade in die Schiffe. Scheiße, die werden nervös, was er? Seine Aufstrittmann. General, er bitte identifizieren. Schießen Sie! Kallifa getroffen. Kalifa abboten. Voodoo. Negativ, ich weiß nicht. Tiger 12 hat geschossen. Tiger 12, ist das Ziel tot? Keine Ahnung. Voodoo, Lagebericht. Keine Sprache von Geiseln oder HFN. Breacher, wir gehen rein. Voodoo, du gehst zu den Schlauchbooten. Die werden gebraucht. Die werden gebraucht. Die Zuganschläge. Basilan. Sie hängen zusammen. PETN. Er war da. Wer? Khalifa. Hat vor meinen Augen den Mörderer gespielt. Hat 35 Leute mit in den Tod genommen. Und es gab Angriff auf anderen Bahnhöfen. Der Funk ist voll davon. Ich komme nicht zurück. Ich bin raus. Zwölf der 35 waren Kinder. Wir haben eine Person in Basilan identifiziert. Sardaldin. Alias Yibra Malnashdi. Es wird noch schlimmer werden. Tom? Ist alles okay? Ja. Uns geht's gut. Was wird schlimmer werden? Es betrifft uns nicht. Du musst damit aufhören. Was immer da vor sich geht, es betrifft dich und uns. Du musst mich einbeziehen. Ein klein wenig. Meines? Ich bin nicht sicher frisch. So wir haben wieder Kontakt, die nächsten Gegner, aber gar kein Problem für uns. Erstmal eine Granate rein, vielleicht trifft es ja ein oder zwei, aber ich sehe jetzt schon irgendwie mit dem Schießen, ich glaube es ist noch nicht so ganz. Zack, Nummer 1, Nummer 2 und kleinen Kopfschuss, sehr geil. Das mache ich hier ein wenig mit Deckung, Nummer 3. Nein, leider nicht getroffen. Pass auf, der muss ja wieder hochkommen, jawohl. Zack, schön getroffen. Seine Granate juckt mich nicht. Nachladen und hier, du bist auch weg. Gut, jetzt können wir schon vorhast, ich glaube wir sind im Team echt super soweit. Das ist mir irgendwie viel zu ruhig. Ja, das sage ich doch, da schließt schon wieder einer. Ober von der blöden Brücke da. Oh, lass mich doch in Ruhe. Der ist jetzt weg, wo ist der jetzt? Ah ne, der ist immer noch da oben. Kollege, du gehst mir so auf die Nerven. Was macht der jetzt? Ah ok, der ist jetzt schon mal weg. Wollte nämlich jetzt gerade sehr arm geschützt ausschalten. Einfach, dass der keine Probleme mehr machen kann, aber... Wenn der Heli ganz kaputt ist, ist auch gut. Die wollen jetzt hier kommentieren noch erledigen. Aber das sollten wir ja eigentlich relativ gut hinbekommen. Kopfschuss, perfekt. Zack, du, au weg. Komm, zeig doch euch. Ihr dürft euch zeigen. Ihr dürft euch zeigen. Irgendwie. Ja, ja. Oh ja, schöner Kopfschuss. Perfekt. Auf dem Truck. Welchen Truck? Jetzt du beschreckt. Zack, fertig. Du müsst einfach verstehen, dass ihr keine Chance habt. Ah, hier auf dem Truck. Zack, du fliegst auch runter. Ja, kein Problem. Na, hätte ich jetzt gewartet, das wäre besser gewesen, als zu zu schießen und doch nichts zu treffen. Wir werden, ja, wir haben ihn weiter vor. Ah, jetzt habe ich Waffe gewechselt, das wollte ich nicht. Egal. Okay, die Waffe ist jetzt ein bisschen besser. Zum Zielfernrohr halt. So, na, geht auch weg. Kopfschuss, perfekt. Und dann links. Muss auch mal ein wenig weiter nach vorne. Der mit seinen blöden Raketen da. So, Kopfschuss. Und jetzt immer Stück für Stück vor am besten. Da vorne links ist auch einer. Aber jetzt auch tot. Er ist... Zack, du bist weg. Funktioniert ja sehr, sehr gut. Tiger 12, vorruflich zum Michael des Kapitols. Bereit machen zum anderen. Ja, Sir. Tiger 12, hier Michael 1. Halte von der Position. Willkommen zu euch. Tiger 12, soll das mit sein? Ich tue, was mir befohlen wird. Das hätte dieser ehrende General wissen müssen. Okay, die gehen hier so rein. Perfekt. Die gehen wir jetzt auch nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da werden bestimmt wieder Gegner kommen. Die soll es nämlich auch anders sein. Da drüben sind schon Schüsse. Zack, schöner Kopfschuss. So, jetzt muss ich da wieder markieren. Dann brauchen wir vielleicht doch nicht so viele töten. Dann wird es nämlich jetzt erst mal in Beschuss genommen. Jawohl. Einmal alles töten, bitte. Einmal es fällt Räumer. Oh, jetzt bin ich oberst. Sehr, sehr geil. So, und jetzt alles wegrasieren. Okay, die wird auch warm. Zack. Hier ist schön alles weg. So. Du musst halt immer bloß aufpassen, dass die Waffe nicht überhitzt, weil dann hast du die Abklingzeit. Aber sonst passt es ja nicht so weit. Ja, Hannah. Und du hast halt vom Winkel her auch eine Einschränkung. Zack. Schön explodiert. So, euch zwei wegnehme. Dich weg. Den Arm zu dem anderen komme ich aktuell noch nicht. Deswegen, du kannst ja prinzipiell einfach schießen. Richtig, Ziele kannst du da ja nicht. Einfach ballern. Scheiße, was machen die denn? Was ist passiert? Was ist da los? Sie haben den Eingang gespräch, General. Wir haben Verluste. Wer? Welchen Eingang? Was soll das mit sein? Nach der anderen Woche nach Helikopter. Stecker, Rokmuna. Kommt ihr weiter? Ja, gehen Sie aufs Dach und geben Sie Rauchzeichen. Wir sammeln uns mit Team Bravo und verhandeln mit den Entführern. Was sollen wir machen? Irgendeine Idee? Die gehen rein und verfreien die Geiseln. Wenn wir nichts tun, sind sie tot. Ab sofort leite ich diesen Einsatz. Okay. Stellt eure Funkgeräte auf 1-4 ein. Alles hört auf sein Kommando. Wir holen die Geiseln jetzt raus. Ich brauche zwei ihrer besten Männer. Die Gau hat die Gau. Zum Amara, Jukamane. Wir gehen nach links. Ihr Team geht nach rechts. Wir treffen uns drin. Stand vorwärts. Okay, dann folge ich ihm jetzt. Kapitolgebäude. Ich glaube, hier kommen wir rein. Gut gemacht. Hier lang. Also hier lang, okay. Einfach folgen. Der macht da auf. Perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist hier vorne? Ne, auch. Der Fenster, okay. Ja, weil hier ist auch nur Fenster. So, und jetzt da eine rein. Jetzt halt die Räume sichern. Gucken, dass wir nicht sterben. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, dass hier kein Gegner ist. Doch, da. Da, 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 da. Es ist viel schwer, wenn ich da jetzt einfach so durchgerannt bin, dann wäre es blöd gewesen. Dann wäre es echt blöd gewesen. Nach rechts. Das sind doch bestimmt auch Gegner. Kollegen, zack, ein Kopfschuss. Zweiter Kopfschuss. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich mach euch gehen. Zack, die dritte erledigt. So, Türe durchbrechen. Aber das würde ich sagen, machen wir im nächsten Video.